Daniela Katzenbergers Schwester Jenny Frankhauser spricht offen über ihre Ängste. Die Geburt ihres zweiten Kindes steht kurz bevor. Jenny Frankenhauser, 31, ist aktuell im neunten Monat schwanger. Ende März soll ihr zweiter Sohn Milan endlich das Licht der Welt erblicken. In einem Bild-Interview sprach sie jetzt offen über den Verlauf ihrer zweiten Schwangerschaft, was im Vergleich zu der ersten anders war und was ihr besonders Angst macht. Jenny Frankhauser, Damian wird sicher ein toller, großer Bruder sein. Die werdende Mutter freut sich besonders für ihren erstgeborenen Sohn Damian. Damian wird sicher ein toller, großer Bruder sein. Er ist sehr liebevoll im Umgang mit anderen Babys. Er teilt auch gerne sein Spielzeug oder Essen, und ich glaube, dass er das alles ganz toll machen wird. Als kleine Schwester von Daniela Katzenberger, 37, weiß Jenny, wie schön es ist, Geschwister zu haben. Sie hofft, dass ihre beiden Söhne eine gute Beziehung zueinander haben werden. Jenny Frankhauser Davor hat sie große Angst. Da sie sich tagsüber um ihren kleinen Sohn Damian kümmert, vergisst die baldige Zweifach-Mama manchmal sogar, dass sie schwanger ist. Nachts ist das nicht der Fall. Die Nächte, die bei uns leider immer noch sehr kurz sind, sind schwanger nochmal eine ganz andere Herausforderung. Komplikationen habe sie aber glücklicherweise keine. Allerdings hat sie jetzt schon Angst davor, für beide Kinder nicht gleich viel da zu sein. Davor habe ich offen gesagt großen Respekt und hoffe, dass ich das gut meistern werde. Ich werde mein Bestes geben und versuchen, beiden gerecht zu werden, erklärt Jenny. Drittes Kind bei Jenny Frankhauser bereits in Planung? Ihr Freund Steffen unterstütze sie, besonders zum Ende der Schwangerschaft hin, sehr. Er ist nicht nur der beste Vater, sondern auch der beste Partner, den ich mir wünschen kann. Heißt das, dass die beiden schon ein drittes Kind in Planung haben? Nein, momentan ist das Paar mit ihren Jungs genug beschäftigt. Falls es irgendwann aber doch dazu kommen sollte, wünscht Jenny sich ein Mädchen. Vielen Dank. Tschüss. 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 Tschüss.